Stop! Lass den Blinker aus. Schalten, schalten. Ich will aber erst... Du sollst schalten, eine Umdrehung nach links. Ich will aber... Dreh jetzt! Ich komme hier raus. Du sollst drehen! So, Blinker links an. Gucken, gucken. Was hat das denn jetzt? Du sollst jetzt gucken und rausfahren. Da kommt doch keiner. Fahr doch mal! Sag mal, wo hast du eigentlich gelernt? So, wir packen jetzt noch mal. Nein, hier fahren wir rechts ran. Dann wollen wir umkehren. Sag mal, hast du eine Waffe? Ja. Blinker rechts an. Noch ein Stück. Stop! Rückwärts. Drehen ganz rum. Boah, mein Arm. So, nach hinten gucken. Langsam rückwärts rollen. Pass auf, das ist die Mauer. Ich hoffe, du siehst das. Das ist doch nicht mein Auto. Noch ein Stück. Das reicht! Fahr noch ein Stück zurück. Ne, ich will nicht. So, das reicht jetzt. Immer andersrum. Und schalten. Ja, Moment! Ich will mich einmal drehen. Mensch! Guck dir halt rum hier. Sag mal. Wie lange sind die Räder auf der Barsche? Aua! Ich verweiger nicht. Dann komm ich nicht vorbei. Ach, der ist mal ein bisschen weiter zurückgefahren. Nein, jetzt fahren wir raus. Nein, ich will nicht. Jetzt fahr raus! Rechts und links gucken. Nee, komm ich nicht vorbei. Nee, ich komm da nicht vorbei. Nee, komm ich nicht vorbei. Nee, komm ich nicht vorbei. Warum nicht? Weil der Eddie... Voll auf den Sack geht, der Eddie. Fahr weiter jetzt. Meine Nerven. Und rechts abbiegen. Ne, ich will nicht. Ich will geradeaus. Rechts abbiegen. Ich will aber nicht. Ich will geradeaus, hab ich gesagt. Wer hat denn hier Vorfahrt? Ach, ich... Fahr weiter, wenn du Vorfahrt hast. Hält die hier an. Ja klar, ich bin nett. Ah, ja. Ich bin ein netter Autofahrer. Ja? So, hier sind Kinder hier. Fahr mal 30. Hier sind 50 Jahre alt. Was habt ihr gesehen? Okay. Ich fahr mal 50. Das ist aber schön. Am Ende dieser Straße fahren wir dann links ab. Und wer hat hier Vorfahrt? Nee, jetzt haben wir nicht die dahinten. Ja, die dahinten. Die von rechts. Die haben hier Vorfahrt. Ach, ich zieh den mal im Pümmel. Voll auf dem Sack, ey. Ja, ich nehme mal hier mal. Die können auch mal ruhig anhalten, ja? So, haben die jetzt auch Vorfahrt? Die haben auch Vorfahrt. Ja, kommt aber keiner. Also, lass mich rausfahren. Nehmen wir den im Sack. Oh, 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 oh. Was macht der denn? Krämpfe? Guck mal, ob da einer kommt. Nein, kommt keiner. Vielen Dank.